Die ersten fantastischen sechs Töne. Do, Re, Mi, Fa, So, Fa, Mi, Re, Do, Ti, Do, singe einmal mit mir gemeinsam. Do, Re, Mi, Fa, So, Fa, Mi, Re, Do, Ti, Do, singe einmal alleine. Jetzt auf dem Instrument. Und auf dem Altsachsophon beginnen wir auf dem G, Do. Auf der Querflöte und auf der Posaune beginnen wir auf dem B, Do. Auf der Trompete und auf dem Tenorsachsophon beginnen wir und auf der Klarinette beginnen wir auf dem C, Do. Los geht's, ich spiele meinen Ton und du spielst ihn direkt nach. Ich spiele meinen Ton und du spielst ihn direkt nach. Untertitelung des ZDF, 2020 Amen.